Hallo und willkommen zu meinem Video Meine Meinung zu Toy Story 2 Kurz in einem ersten Mal die Statistiken Erstausstrahlung in den deutschen Kinos am 3.2.2000 Produktion Studios, Walt Disney Pictures und Pixar Endspielgebnis 4,57,11 Millionen Euro Produktionskosten 82,87 Millionen Euro und Gewinn 3,74,24 Millionen Euro Kurz Toy Story Woody wird bei einer Rettung eines Spielzeugs von einem Spielzeugsammler entführt Nun müssen Buzz und seine Freunde ihn retten Der Anfang mit dem Videospiel ist toll Auch die Rettungsaktion von Busy war toll Es zeigt, dass Woody jedes Spielzeug wichtig ist Ich frage mich bloß Warum haben die anderen Spielzeuge wie sie nach all den Jahren vergessen Auch Woody's Origin Story, die in diesem Film gezeigt wird war gut gemacht Jessie, Bulli und Stinkepiet werden gut eingeführt Man erfährt auch, warum Jessie Andy nicht mag Andy nicht mag, denn ihre eigene Besitzerin hat sie nach all den Jahren einfach verkauft Das Lied Sie liebte mich ist toll und rührend Man versteht Jessie Über Stinkepiet Und Bulli erfährt man nicht viel Man muss aber sagen Das Stinkepiet sich als harmloser und netter Typ tarnte der noch nie aus seiner Verpackung genommen wurde war schon ziemlich gut Er war ein toller Schurke Sein Ende ist gerecht Der Satz aus Star Wars Ich bin dein Vater Kommt auch in diesem Film vor Und auch der Ton Wenn in Star Wars ein Blasterschuss ertönt Kommt auch im Film vor Generell ist die Story von Buzz der von Star Wars ähnlich Auch die Rettungsaktion von Jessie ist spektakulär und gut gemacht Ich meine eben die Szene am Flughafen eben die war richtig gut und spektakulär eben auch Ich muss dir bei diesem Film an ein Lego Set denken mit dem ich früher oft gespielt habe Es war das Pizza-Lieferanten-Auto mit dem Buzz und seinen Freunden zum Flughafen fahren um Buddy, Jessie und Bulli zu retten Den Spielzeugsammler kann man auch verstehen Er muss schließlich einen blöden Job machen der schon ziemlich peinlich ist und durch das Geld das er durch den Verkauf von Buddy, Stinkepiet, Bulli und Jessie braucht er nicht mehr zu arbeiten Leider ist dieser Film nicht mehr so lustig wie der erste Teil Dafür ist er spannender und wir erfahren mehr über Woody Um über alles zu verstehen muss man aber auch den ersten Teil gesehen haben Ich fand trotzdem den ersten Teil besser Es ist eine gute Fortsetzung eben Aber deutlich nicht mehr so gut wie der erste Teil muss man sagen Leider auch Auch die Show ist nicht mehr so gut eben Aber dafür hat man es geschafft die Figuren richtig einzuführen eben und zu erklären Genau eben Und der Film sieht auch noch richtig gut aus eben Der Film ist jetzt glaube ich schon wie alt? Der Film ist 22 Jahre alt und sieht besser aus als manche andere Animationsfilme eben Das muss man schon sagen Ja Und das war es auch schon mit dem Video Meine Meinung zu Toy Story 2 Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal Tschüss Das war's Das war's